Hallo Leute, heute ist der 31.12.2021. Im letzten Jahr haben wir viel erlebt. Freut euch auf 2022, da sind schon ein paar sehr interessante Videoprojekte in Planung. Nur wenn man halt berufstätig ist, dauert es halt immer ein bisschen, bis man die Videos dann auch so veröffentlichen kann. Ihr wisst ja, ich versuche soeben 14-Tage-Rhythmus zu veröffentlichen, was ich aber beruflich nicht immer wirklich schaffe. Also wie gesagt, freut euch auf interessante Projekte im 2022. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und Prosit Neujahr! Technisch gesehen sehen wir uns nächstes Jahr. Ich wünsche euch ein schönes Silvester und einen schönen Jahreswechsel! Ich wünsche euch den Rutsch und den Rutsch und den Rutsch und den Rutsch.